Seit klein auf richtete ich meinen Blick stets himmelwärts. Mein Name ist Julia Steinle, ich bin 23 Jahre alt und Segelfliegerin. Unter dem Namen Julia Sierra dokumentiere ich mein Leben aus der Vogelperspektive. Die Verbindung aus Flug und Fotografie zeichnet mich aus. Damit erreiche ich mittlerweile mehr Menschen, als ich mir je zu träumen gewagt hätte. Gerade für junge Menschen ist es wichtig, eine Richtung zu finden, für die ihr Herz schlägt. Weil es in unserer schnelllebigen Welt nicht einfach ist, den Alltag zu bewältigen, sich unternehmerische Ziele zu setzen und seine Leidenschaft auszuleben, teile ich Einblicke in meine Arbeit. Durch meinen Content Impact zu kreieren, bedeutet für mich, Menschen zu ermutigen. Mein Credo sei die Person, die du gerne an deiner Seite gehabt hättest. Nichts berührt mich mehr als eine Nachricht, in der steht, mein Content hat Menschen dazu inspiriert, selbst mit dem Fliegen anzufangen.